Nochmal so ein kleines Special-Video nebenbei. Es gibt natürlich auch noch wieder ein Passwort. Das habe ich vollkommen vergessen, deswegen konnte ich auch nicht die Ringe komplett machen. Und zwar muss man das Herölen-Geheimnis nochmal aufschreiben. Erst dann bekommt man nämlich auch einen weiteren Ring. Und ich meine, das könnte man hier jetzt in Oracle of Ages eingeben. Das kann ich gleich mal ausprobieren. Nachdem ich das irgendwie aufgeschrieben habe, ich hoffe, ich finde hier jetzt erstmal Stift und Papier. Ja, auf jeden Fall bekommt man dann einen extra Ring, der im Grunde genommen eigentlich auch nur so ein Beweis ist wie der Courage-Ring. Dass man im Grunde genommen 1000 Monster besiegt hat. Ich gehe jetzt erstmal auf Stiftsuche. Zum Glück ist mein Kabel zu lang. Und einen Stift gefunden. So, jetzt dürft ihr auch live miterleben, wie ich ein Passwort aufschreibe. Und zwar ist es ein kleines 1,9. Ein Pfeil nach rechts. Das soll ein Pfeil nach rechts sein. Dann ein Fragezeichen. Eine Klammer auf. Ein großes Q. Ein Ausrufezeichen. Klammer auf. Kleines B. Minus. Wobei ich auch noch sagen muss, mein Nickname ist übrigens zwischen den X und den FB. Also Blatrix und den FB ist im Grunde genommen eigentlich auch noch ein Unterstrich mit eingebaut. Wer das nicht zählen kann oder so, den sei jetzt hiermit aufgeklärt. Und warum ich das nicht bei YouTube reingeschrieben habe. Ganz einfach. YouTube hasst Sonderzeichen in den Namen. Und deswegen konnte ich es leider nicht reinmachen. Und deswegen schreibe ich es auch noch jedes Mal, wenn mich irgendjemand abonniert hat, immer noch das mit Unterstrich. Weil im Grunde genommen soll es eigentlich so sein. Aber ich weiß nicht, warum YouTube das nicht mag. Ist doch so wunderschön. So. Und den Doppelpunkt. So. Heroin-Geheimnis. Ja, das Spiel startet jetzt natürlich wieder vom neuen. So. Ich will natürlich Deutsch. Geheimnis. Jetzt geben wir das Geheimnis schön und schnell ein. Neun. Und ein dieses Zeichen. Und dann noch die Fragezeichen. Klammer auf. Ja. Irgendwann genommen. Was könnte man eigentlich hier zu diesem Spiel irgendwann noch sagen? Das ist eigentlich nicht gerade wirklich viel. Ja, wie gesagt. Das ist ein... Äh... Das... Da habe ich fast vergessen. Und zwar das Minus. Ähm... Ja. Im Grunde genommen. Das Spiel ist vorbei. Es wird kein weiteres Zeiter erstmal von The Oracle geben. Das sage ich euch jetzt schon. Ähm... Es sei denn, ich mache jetzt wirklich noch... Äh... Dass man als zweites durchgespielt hat. Und man kann jetzt... Äh... Erhält, nimm dein Schicksal an. Blablabla. Das wissen, kennen wir ja alles. Ähm... Ja. Im Grunde genommen gibt es Hilfe. Ja. Es gibt nichts Neueres mehr. Das war es eigentlich auch schon. Deswegen, ich zeige euch das nur noch so, ähm... Mal eben kurz so. Damit, äh... Ich wirklich alles gezeigt habe, was zu zeigen geht. Nämlich, dass man nach den Spielen nochmal durchspielen kann. Allerdings, äh... Es ist wirklich dasselbe. Und nochmal in... Äh, umgekehrte Reihenfolge. Und deswegen werde ich es nicht weiter let's playen. Weil, wie gesagt, ich bin mit der Story durch. Hm. Ob ihr wirklich... Wirklich jetzt nochmal was weiterhin sehen wollt. Kann ich wirklich nur noch sagen, äh... Wählt wirklich ein... Äh... Neues Zeiterprojekt. Ja, wie gesagt, ähm... Falls ihr... Falls ihr wirklich ein neues Zeiter haben wollt. Schreibt mich an. Es wird dann wirklich ein Nebenprojekt werden. Weil, ähm... Die... Äh... Zwei neuen... Äh... Hauptprojekte, die ich starten werde. Die werden... Es sind wieder zwei RPGs werden. Einmal wird es Final Fantasy VIII werden. Das werde ich nach Final Fantasy VI starten. Eventuell sogar noch vorher. Und das zweite wird, ähm... Chronotrigger werden. Ja, Chronotrigger ist auch ein sehr, sehr geniales Spiel von Squaresoft. Was meiner Meinung nach, ähm... Was meiner Meinung nach, ähm... Leider... Leider... Nie... So wirklich so richtig ist... Außer auf dem DS... Wirklich auf Deutsch erschienen ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ich... Mache... Nehme eine Übersetzung. Beziehungsweise die Übersetzung hatte ich schon lange. Hm... Aber das wird direkt... Morgen... Oder sonst wie wann... Ich weiß noch nicht wann ich zum Aufnehmen komme. Werde ich... Auf jeden Fall... Mit... Chronotrigger... Auf den... Super Nintendo... Anfangen... Eventuell werde ich... Aber auch... Gegen einen Zelda... Des paupieren... Je nachdem... Wie schnell ihr seid... Und wie schnell ihr... Mit dem Aufnehmen... Und äh... Keine Ahnung... Auf jeden Fall... Werdet... Ähm... Werdet nicht Zelda-frei... Komplett gehen... Ihr seht das ja alles... Was ich... Auf meinen Kanal geschrieben habe... Davon könnt ihr mir eins... Sch... Ähm... Schreiben... Am besten als... PM... Oder Nachricht... Oder wie ihr es immer nennen wollt... So dass nur ich das sehe... Auf... Zumindest... Ah... Ach... Ich hab ein... Uhhh... Ja... Ehm... Warte... Musi Globo macht 20... 20 Rubinenglobo macht 1 Sacken.. Ich muss die Fingerloot... Kann ich mir überhaupt schätzen lassen? Nein, kann ich auch kostenlos schätzen lassen? Hahaha, weil er mir einen Freundschaftsring gibt. Ja, oh, Entschuldigung. Da denkt irgendjemand wieder an Mist und knutscht. Oder da denkt eine an Mist und knutscht einen anderen. Und warum denken die Leute dann an Mist? Ah, es gibt doch auch noch andere Personen. Ja, wir kennen doch schon. Ah, Torbeteilter. So, ja. so leute wozu gibt es auto feier so wir haben diesmal kein schild erhalten und wir sehen hier einen magischen ring übrigens auch sehr lustig sobald man irgendwann genommen beim normalen hier zuerst oracle of ages durchgespielt wird diese meeresstatue übrigens durch eine linksstatue ersetzt genauso wie beim micro bomb da wird dann auch eine statue hingesetzt man sieht das waren in den credits aber es ist wirklich so ich sehe das ist ein siegesring triumph über k bellen kann dieses mal so gerade bla 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 also der letzte darin gehe снова bringen 55 ist es hier röntgen mit demоВenהm hat mit triforcht zeugn pris mit natürlich einem besonderen, nämlich dem der Kraft ist hervorgehoben. Deswegen, naja, das war es auf jeden Fall jetzt wirklich mit The Legend of Zelda, Oracle of Ages und Siegens, also The Oracles. Und ich sage bis zum nächsten Let's Play, Blatrix FB meldet sich jetzt diesmal wirklich von Zelda The Oracles. Up.